Ja, Franz, kannst du uns mal kurz erklären, warum du heute beim Oberlandesgericht Düsseldorf bist? Heute beim Oberlandesgericht in Düsseldorf gab es eine Verhandlung. Ein Kind wurde vom Jugendamt in verschiedene Heime gesteckt, kam zum Schluss ins Raffaelshaus. Und durch dein Interview bin ich auf den Fall aufmerksam geworden und bin deswegen heute hier zum Oberlandesgericht gekommen. Ja, und du bist Ingrid, kannst du mal dir kurz vorstellen, wer du bist und warum du heute mit uns auch mal zum Gericht gekommen bist? Ich bin Ingrid Höllmann aus Iserlohn von der Großelterninitiative Sauerland. Wir kämpfen auch gegen die Macht der Jugendämter und über da, wo es Solidarität zu beweisen geht, versuchen wir Präsenz zu geben. Und von daher bin ich auch heute zu dem Bericht hier nach Düsseldorf gefahren, wie Herr Romer auch schon gerade sagte, zu dem Prozess. Und wie hast du von diesem Prozess hier beim OLG Düsseldorf erfahren? Aus dem Internet, von deiner Berichterstattung und über die Papa-Liste, in der ja dankenswerterweise immer die neuesten Mitteilungen da von dir veröffentlicht werden. Und du, Franz, du verträgst welche Gruppe und wie hast du das erfahren? Ich habe auch aus der Liste von Thomas Soffert erfahren und ich selber bin aktives Mitglied beim Menschenrechtsverein Kurare in Köln. Und wir unterstützen diese Fälle auch, wo sich Eltern auflehnen gegen die völlig ungerechtfertigte, unkontrollierte Macht des Jugendamtes. Wie ist diese Verhandlung ausgegangen? Wer war da? Wie viele Menschen sind eigentlich gekommen? Es waren etwa sieben, acht Leute da, die jetzt keinen Zugang zum Gericht hatten, die aber als Unterstützer eben vorm Gerichtssaal da waren. Ich habe die Mutter kennengelernt und habe die kleine Lara kennengelernt. Die sind beide ganz in Ordnung. Und den Rechtsanwalt Röwell. Aus Berlin. Und wie ist die Verhandlung ausgegangen? Wie viel weiß man jetzt vom Ausgang? Also ich habe wenig Kenntnis bis jetzt. Der Kenntnisstand, den ich habe, ist, dass die Mutter das Sorgerecht wieder zurück hat. Und das Jugendamt offenkundig darauf besteht, dass die Tochter von hier in eine Therapie kommt, zu einem Psychologen, wo die Mutter nicht hin darf. Ich habe gesehen, dass neben Eltern und Großelternvertreter auch mal andere Leute da waren. Wie viele Leute waren da und wer waren das? Ich glaube, es waren Frauen hauptsächlich. Vom Jugendamt waren insgesamt drei Damen da, die wir versucht haben zu interviewen. Eine vierte Dame war die Verfahrenspflegerin. Das Jugendamt wollte aber kein Interview haben. Das könnte man nur über die Pressestelle in Duisburg organisieren. Aber warum eigentlich? Gibt es da irgendwas zu verstecken bei Jugendamt? Oder warum wollen diese Frau sich nicht äußern? Tja, offenkundig scheint es irgendwas zu geben, wo sie sich verstecken müssen. Sie können, sie haben nichts Schleßes getan, nicht wahr? So, jetzt, sie haben nichts zu verstecken. Verstehen Sie? Sie haben gar nichts zu verstecken. Aber absolut gar nichts. Es läuft alles recht in der Bundesrepublik, liebe Frau. Es ist alles recht in der Bundesrepublik, nicht wahr? Gar nichts zu verstecken, haben Sie. Können Sie gerne uns ein Interview geben. Und Ingrid, wie hast du die ganze Sache empfunden heute? Ganz fürchterlich erniedrend für dieses kleine Mädchen. Liebe, Fürsorge schien für diese Damen vom Jugendamt offensichtlich ein Fremdwort zu sein. Dieses kleine Mädchen saß zusammengekümmert bei ihrer Mutter, musste Trost von ihrer Mutter erfahren. Und die ausgebildeten Damen vom Jugendamt konnten nicht erkennen oder haben auch keinen Anteil an dem Schicksal dieses kleinen Mädchens genommen. Das war also für mich als bekennende Oma und bekennende Mutter eine ganz grauenhafte Situation. Vielen Dank.